Ja, auch das gibt es in Melbourne, hier direkt an der Hauptstraße. Berittene Polizei, mitten im Verkehr. Zwei junge Damen, die da drauf sitzen. Das Eureka-Gebäude, das höchste Gebäude in Australien. Mal sehen, ob wir da vielleicht mal hoch können. Bei der Helmer Hall, hier am Artcenter, ist auch ein Schwimmbad für Möwen eingerichtet. Wir sind fast wieder am Federation Square da drüben, die bunten Gebäude. Hier am Yara-Fluss, die Flinders Station da drüben. Hier die Restaurants am Yara-Fluss. Ja, und wir wollen hier zum Eureka-Building. Da, die Biene vor dem großen Gebäude. Da geht es hoch und immer weiter hoch. Aber hier, wir wollenetera. Daher geht es an den, der nahe dem hier, das ist ein Flinders allied. Und dann kommt es ein Flinders. Da geht es um die Flinders fordome. Das ist ein Flinders. Vielen Dank.